Das Benefits Open Air des Jahres mit atemberaubenden Stars. Und über 40 Newcomer-Bands. Rock for Nature. Vom 22. bis 24. August in Schwäbisch Hall. Auf dem Öko Open Airfield O0 A6 Ausfahrt Itzhofen-Wolperthausen. Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter 080 5 12 34 12. Alle Infos auch unter rockfornature.de. Schnelle Vielen Dank.